Was ist echt? Okay, nichts passiert. Tschüss. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich El Emisario vorzuknöpfen. Also passt auf. Wir brauchen ihn lebend. Verstanden. Und Durchsichtnöpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen ein bisschen nervös aus Dann rügen wir zu ruhig Wir rechnen nicht mehr mit uns Los refuerzos sind. Eliminen a ese agente de inmediato. No veo a nadie. A todas las unidades, comiencen el ataque. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza. Piru. ¡Refan! 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 ¡Garnate flie! ¡Suey streck! ¡Betecos, verdames! ¡Refan! 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 Die Strecke ist entdeckt. Die Strecke ist entdeckt. Alter, helf mir doch. Granate, Vorsicht! Elin, in den Staub. Granate fliegt. Nehmt da. Ah, du Scheißer. Ladies and Gentlemen, El Emisario ist soeben abgetreten. Checkt selbst aus, statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Haben wir ihn dazu getrieben? Wir hoffen mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Bereit machen, Feuer! Verstanden. Verstanden. Ein Tango weniger. Müssen wir zwei. Warte, wie viel da sind denn? Weiß ich nicht das auf einmal, will ich die Strecke stoen was. Wir müssen dauerartigen включere mich. Um fliehst, was in spacecraft im Bereich. Kannst du nicht ganz gut. Die kommen nicht durch, also die kommen durch, aber wir kommen bei denen nicht durch. Achso! Ich muss mal kurz aufblumen. Verluste, leist euch zusammen, wir haben Verluste! Entschuldigung. Was ist das? Scheiße! Wie wäre es, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Oh, die Saftvogel im Anmarsch! Unten bleiben! Hubschrauber, auf den Boden! Da ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emisario gefunden. Er ist tot. Was ist passiert? Selbstmord. Er hat El Suenyo eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für den Verlust der Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jacho schon im Sack. Und jetzt das! Er war wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie sowas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Unidadvogel im Anmarsch! Unten bleiben! Innovation gegen Erfahrung. Technologie gegen Tradition. Jung gegen Alt. La Gringa gegen El Jacho. Ich hatte gehofft, sie würden einander beflügeln. Doch sie kamen nicht klar. Sie waren zu verschieden. Ich stelle Kokain seit Jahren so her. Das ist genau das Problem. Unser Produkt war so gut, dass die Nachfrage weiter stieg. Wir kamen nicht nach. Egal wie ihr es macht. Wissenschaft, Tradition, Voodoo. Nur macht mehr. Sonst finde ich jemand anderes. Das ist nicht mit dem Arsch. Der Schloss ist überschreiten. Das ist nicht mit dem Arsch. Ich weiß nicht. Aber ich habe Geist. Ich habe nur die Krass. Eine Krass sehen. Ich habe auch noch eine Krass. Auf den Boden, Hubschrauber! Er steht jetzt auf dem Hubschrauber. Ja, greif halt an die Pfoten. Der Apache sucht dich! Geh in Weckung! Der hat hier in die Phrasen explodiert. Danke! Bei mir sammeln! Unidad-Vogel im Anmarsch! Unten bleiben! Okay! Einfach, einfach, äh... Die weglassen. Wir sind jetzt nur noch gejagt. Dagegen die haben wir ja nichts zu sagen. Ich glaube, die... die fliegen bald weg. Puh! Das war's! Das war's! Krass! Habe ich ne neue Waffe? Ja, aber nö. Fertigkeiten... Schusswiderstand... Warte... Ah, hier! Jetzt sind wir endlich still. Und... Das können wir auch machen. Stabiles zählen. Sehr gut. So. Gut. Das war jetzt ziemlich aufregend. Ähm... Ach, das ist der Playboy, oder? Ja. Aber hier sind wir noch nicht ganz fertig. Hier haben wir noch einige... Fragezeichen. Ich würde glatt, äh... mit dem hier anfangen. Okay, wir... Wir sind halt immer noch gejagt. Ja, wir warten kurz, äh... bis es ab... abläuft. Um... ok Gute Arbeit! Ihr Team hat hinter Blankas Stellung im Kokaingeschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Als seid bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wegzumachen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich melde mich wieder. Upsi. So. Da waren wir doch auch schon, ne? Da waren wir doch auch schon. Ich glaube, wenn ich mir das fasse, ist es sehr gut. So. Und das war drei. Und da ist einer. Da ist einer. Tango auf dem Dach. Da ist einer. Da ist einer. Mit Maschinenpistolen. Aufpassen, da ist ein Geschütz. Und wahrscheinlich auch ein Dude dran. So war es denn letztes Mal. Na. Piep, piep, piep. Da war doch eigentlich auch einer, ne? Wir müssen es weiter. Ja. Ja, da war's. So, mein Sniper ist schon, schon ein hartes Ding, ne? Was? Ein hartes Ding. Äh, ich habe meine, so wie die direkt geschreitert werden. Und das ist die perfekte Stelle für einen Scharfschutz. So, nochmal. Ohne? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hier muss noch einer sein, wahrscheinlich im Bunker. Okay. Da ist noch einer. Da ist einer. Da muss noch irgendeiner sein. Ja, ich türe mal die Reichweite von der Drohne nochmal weiter. Ja, die ist, ja. Ja, Reichweite ist wirklich am wichtigsten, ich habe ihn fast. Ja. Gut, dann... Geh in Position. Machen wir den mal. Ziele fasst, bin bereit. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Suche eine bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Warte, nee, äh, den lassen wir mal. Runter, bevor sie dich sehen. Ich sehe mich nicht. Hab das Ziel. Das Ziel. Erledigt. Gut. Dann, warte, dann schaue ich mal. Äh, Drohne. Ich habe nur einen Punkt, okay. Reichweite, Kasset 3, Trupp. Ähm, kann man da den Cooldown irgendwie... Nee, Cooldown, dann kann man nicht runtersetzen. Ja, okay. So. Okay, ich glaube, das... Ich gehe in Position. Das muss eigentlich nicht. Das muss eigentlich nicht. Das ist auch der Weile. Ich will den nicht erschießen, wenn er draußen steht. Gut, also... Links ist alles fertig. Ich schicke noch mal die Drohne los. Weil hier sind noch... Einige Gebiete, die... noch nicht ganz... gescoutet wurden. Hier muss ich irgendwo noch... Ah, da ist er. Super. Da ist der Nächste. Okay. Boah, da... Boah, das war ein Knie-Schuss. Äh, wie geht's? Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Oh, da ist ja auch noch einer. Er ist erledigt. Das ist dann echt selten dämlich. Ich bin echt froh, dass es in der Halbautomatik ist. Sauber. Seid ihr okay? Noch nicht sauber. Noch nicht. Die Leute können echt nicht Autofahren. Das war echt lustig. Willst du rauskommen? Ja, aber da könnte sein, dass der den dann sieht. Blockiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Hier sind noch irgendwelche. Und der rührt sich auch nicht mehr. Ja, verdammt. Äh, dann... Geben wir mal unsere Kuliposition hier auf. In unsere Spitzenposition. Ja, jetzt kommt er. Oder? Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Achso. Ja, jetzt kommt er. 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 Alles gut, alles sauber. Alles gut, alles sauber.